Wir sehen Levent Mertan im Training des türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük. Und der Trainer, der Tipps gibt, wie man aus großer Distanz einen Freistoß mit ganz viel Grandessa in den Winkel hebt, ist kein geringerer als Andrea Pirlo. Erst zeigt er, wo die Kugel hin muss. Dann zeigt er, wie die Kugel runterfallen muss. Dann zeigt er, wo man den Ball treffen muss. Nichts einfacher als das. Die Kirsche auf der Sahne im Eisbecher Italiana Extraclassa ist dann. Mertan schießt danach im Pflichtspiel tatsächlich genau auf diese Weise ein Freistoßtor. Viel mehr Fußballamore geht nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.